Wir sind angekommen am Forma von Epsilara und wir werden direkt begrüßt von einer Geißelzecke. Was das andere ist, weiß ich gerade noch gar nicht. Wir finden es gleich heraus. Das ist ein Hühner. Ich wollte hier schon mal hin und alles vorbereiten, dass wir direkt rein starten können. Aber wir kennen es ja bereits, das Spiel hat immer eine Überraschung zu bieten. Wenn wir die Geißelzecke jetzt ganz schnell besiegen können, ja, sehr gut, können wir gleich alleine gegen den Hühnen kämpfen. Nehmen wir einen starken Heiltrank. Weichen ein wenig aus. Dass der hier direkt am Teleport steht, ist ja wirklich fies. Das ist ja wirklich gemein. Und gegen den Hühnen müssen wir, glaube ich, müssen wir mit Magie kämpfen. Das ist ein Feind, der gerade noch ein Stück weit zu stark für uns ist. Wir haben bereits gegen einen Hühnen gekämpft, ich erinnere mich. Aber ich glaube nicht eins gegen eins. Crony macht auch gerade Pause. Ja, der macht sehr, sehr viel Schaden. Wenn man mittleren Heiltrank... Also was diesen Hühnen von dem großen Träummonster abhebt, ist, dass er so mobil ist. Also dass er nicht so einfach... ...outplayed werden kann. So, lieber Hühner. Wir haben ihn zum Brennen gebracht, das ist schon mal gut. Und da ist er jetzt in unserer Chain drin. Und damit sollte er jetzt schärfen. Wunderbar. Eine Menge dunkles Elex. Und wir werden uns jetzt in Richtung des Formers bewegen. Wir werden jetzt mit Crony hier reinrennen. Und versuchen... ...den Former einzunehmen. Zumindest schon mal den ersten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Former ist, in dem wir bereits einst uns reingewagt haben. Das wäre ja ganz gut, weil wir dann einen freien Weg hätten. Aber wir müssen ja eh in zwei Former rein. Dies ist jetzt der erste. Und wir scheinen hier noch nichts gecleared zu haben. Und wir wussten das ja schon, aber es wird jetzt sehr stark um Magie gehen. Wir werden viele Tränke nutzen. Seien es... Mana-Tränke. Seien es... Heiltränke. 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 Diese Aufgabe müssen wir mit Magie lösen. Und natürlich mit Crony. Aber so sieht das schon ganz, ganz anders aus als einst, wo wir uns hier im Nahkampf durchgemetzelt haben. So könnte das tatsächlich was werden. Wir haben uns vorbereitet in der letzten Folge. Und jetzt werden wir es einsetzen. Auch wenn es wehtun wird. Immer wenn wir hier einen Trank trinken. Aber es ist die richtige Entscheidung. Wir müssen hier diese Forma durchqueren. Wir könnten natürlich auch durchrennen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber es sind natürlich auch viele Erfahrungspunkte. Die wir hier bekommen. Das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Wollen wir hier nochmal so einen Flammbogen nutzen. Das könnten wir machen. Das wollte ich nicht. Wollt ihr nicht trinken. Aber okay. Dann müssen wir jetzt durch. So ein Missblick passiert. Dafür lade ich mich neu. Und die Geißelzecke kriegen wir ganz schön gut down. Das ist nicht das Problem. Aber es ist ein Problem, wenn sie uns down kriegt. Okay. Ganz schnell hier hinten hinrennen. Der hat ziemlich spät gespeichert leider. Schützbestie. Die Schützbestie haben wir noch down bekommen mit dem Hagel hier. Ja okay, das ist ärgerlich. Das ist jetzt ärgerlich. Aber dann müssen wir durch. Speichern darf man nicht vergessen. Nicht bei Elex 2. Diesen Tracker kriegen wir down. Gar kein Problem. So, wir trinken nochmal. Und hier, guckt mal. Hier kriegen wir doch den Mana-Trank wieder. Und einen starken Heiltrank auch. Es hat auch was Gutes, dass wir das jetzt nochmal ein zweites Mal erleben müssen. Also, wir nehmen nochmal alles hier mit. Hier, das auch. Wunderbar. Und. Ach, da hinten steht ja noch einer. Wir speichern. Wir trinken einen mittleren Heiltrank. Wir trinken einen Mana-Trank. Wie konnten wir den denn nicht triggern, bitte? Aber okay. Ich gehe da mit. Kein Problem. Und hier gehen wir jetzt mit dem Feuer hin. Der hier tatsächlich nicht zu wirken scheint. Ja. Hier drin geht das aber in diesem engen Raum anscheinend nicht. Die Geiselzecke ist echt gefährlich. Weil die Geiselzecke sehr viel Schaden macht. Gerne hätte ich die Erz-Berserker-Rüstung schon gehabt. Dafür hat es nicht ausgereicht, leider. So, wir nehmen mal alles mit. Ich speichere auch nochmal. Aber neue Tränke brauchen wir, glaube ich, gerade nicht nehmen. Gibt es hier noch irgendwas zu looten? Es könnte natürlich auch wirklich der sein, wo wir schon drin waren. Aber die Feinde sind jetzt stärker geworden. Weil das es hier nicht zum Looten gibt, das ist schon schwierig. Ich schaue mir das kurz mal an. Wollen wir wirklich alle Feinde mitnehmen? Ich würde behaupten, wir bewegen uns mal ein Stück weit vorwärts. Und das, was hinterher rennt, wird dann auf jeden Fall rausgenommen. Ist ja klar. Aber so ein paar Feinde können wir auch mal skippen. Das wäre jetzt einfach nur ein stumpfes Abschlachten. So. Laufen wir hier hinten rein und schauen, wo wir rauskommen. Und hier kämpfen wir jetzt nochmal. Ja, die Geiselzecke wird nicht viel zu lachen haben. Und die hier hinten auch nicht. Wunderbar. Da hinten kommt noch eine. Wir trinken mal was zwischendurch. Wir werden immer wieder verlangsamt. Das ist fies. Aber machbar. Viele Feinde, die noch mitbekommen sind, das ist erstmal kein Problem. Damit können wir leben. Darauf haben wir auch spekuliert. Wir haben ja den Flächenschaden, den wir hier anrichten können. Aber so können wir dann so ein paar Feinde koordiniert und gemeinsam gebündelt besiegen. Ich glaube, das bringt uns einiges mehr, als wenn wir hier Stück für Stück uns vorwagen. Sammeln natürlich alles ein. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir soweit. Trink nochmal einen Mana-Trank. Und auch nochmal einen mittleren Haie-Trank. Und gehen weiter. Weiter zum Hauptrechner. Kommen wir hier raus. Hier ist ein Hühner und ein Tracker. Auch eine fiese Kombination. Ja, ich glaube, wir sollten die auf jeden Fall besiegen. Feuerregen. Der Tracker wird schnell tot sein. Der Hühner nicht ganz so schnell. Ja, wobei, das geht auch. Wunderbar. Da hinten ist so ein fieses Ritual. So sieht es zumindest aus. Da kommt noch ein Feind. Ein Baselisk. Den müssen wir besiegen, bevor der uns gleich noch weiter hinterher rennt. Und er brennt auch. Sehr, sehr schön. Kein Problem für uns. Wie sieht es mit unserem Erfahrungswert aus? Ja. Die Hälfte des Balkens haben wir bereits erledigt. Wollen wir uns da mal die Party anschauen da hinten? Das ist die Frage. Ich glaube, da müssen wir nicht hin. Ich weiß es nicht genau. Wir gehen erstmal den Weg, wo ich glaube, dass wir da lang müssen. Gegen Mittel. Eine Uhr. Kleiner Elixitbeutel. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Viele Feinde auf jeden Fall. Und hier ist der Rechner. Okay. So viele Feinde sind das nicht. Sehr überschaubar. Wir machen noch mal den Feuerregen. Orte Zentraleinheit des Formers. Beginne mit der Übernahme. Und den hätten wir wahrscheinlich nicht gebraucht. Der Former ist ausgeschaltet. Former Nummer 1. Aus. Verbindung hergestellt. Daten wurden übertragen. Former-Umpolung eingeleitet. Einstellung des Betriebes wird erwartet. Sehr schön. Das war der erste Former, den wir präpariert haben. Positiv. Wie ist es gelaufen? Hast du einige Daten aus dem Zentralrechner extrahieren können? Former-Kontrolleinheit verfügt über eine künstliche Intelligenz, die autark operiert. Ja, das haben wir schon erwartet. Konntest du sie übernehmen? Bei der Übertragung der Schlüsselalgorithmen aus dem Mutterschiff wurde die Kontrolleinheit überschrieben. Übernahme der Kontrolle über operierende Zellen des Formers. Terraforming-Prozess signifikant verlangsamt. Sehr gut. Wadek hat tatsächlich recht behalten. Dann können wir die anderen Former ebenfalls umpolen. Positiv. Wie lange wird es dauern, bis der Terraforming-Prozess bei dem Ding hier komplett zum Erliegen kommt? Analysiere. Nur grobe Schätzung möglich aufgrund vieler unsicherer Parameter. Raus damit. Wie lange? 524 Tage und 16 Stunden. Ah, doch so schnell. Das müssen wir beschleunigen. Zu wenig Daten für eine zuverlässige Prognose. Der nächste Former wird uns hoffentlich mehr Aufschluss darüber geben. In Ordnung, mein Kleiner. Wir wissen, was wir zu tun haben. Einen machen wir noch und dann sehen wir weiter. Positiv. Sehr gut. Die Feinde machen wir auch noch. Natürlich. Werden wir hier nicht einfach so stehen lassen. Aber wir trinken auch noch mal einen Mana-Trank. Das sollte okay sein. Ja, das ist ganz schön fies mit dieser Geißelzecke. Die macht super viel Schaden. Wir holen noch mal eine Inferno runter und dann sollte das alles kein Problem sein. Damit ist die Geißelzecke tot. Wunderbar. Jetzt ist die Frage, wollen wir da hinten zu dieser großen Party noch hin? Ich frage mich auch, die müssten doch gemerkt haben, dass hier irgendwas faul ist, wissen wir nicht. Noch mal einen Heiltrank. Sehr gut. Der hat viel gebracht. Ja, wir gehen mal in die Party rein. Ich speichere noch mal vorher. Aber das sollten wir uns ansehen. Hallo! Schön, euch zu sehen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wirklich auch das Inferno euch trifft. Aber wir wollen dabei natürlich nicht selber sterben. Deswegen müssen wir hier mal ein bisschen in den Rückzug reingehen. Ja, das sieht doch gut aus. Ja. Es sieht zwar gut aus, aber das heißt nicht, dass es einfach wird. sehr gut. Der Hetzers tot. Wir nehmen noch mal einen Heiltrank. Und werden hier entsprechend noch mal unser Inferno rufen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich auf Inferno komme. Heißt ja eigentlich Feuerregen. Aber na gut. Wäre glaube ich auch ein schöner Name für den für den Zauber. Hört sich auf jeden Fall epischer an, finde ich. Ja, das hat jetzt gerade nicht so richtig viel gebracht. Und trinkt noch mal einen Mana-Trank. Und der nächste Feuerregen, bitte. Dafür haben wir sie. Haben wir die Mana-Tränke geholt. Dafür haben wir uns vorbereitet. Der Prinzipal ist auch tot. Hier hinten ist noch ein Feind. Ein Hetzer. Aber nur ein Hetzer. Das sollte kein Problem sein. So, jetzt aber werden betroffen. Wunderbar. Hier stehen noch ein paar Feinde, aber wir können ja mal gucken, was die hier bewacht haben. Ist es einfach nur so ein Treffpunkt oder haben die wirklich was bewacht? Wenn wir die jetzt hier alle looten, haben wir so viele Waffen, die wir für so viel Elixit wieder verkaufen können. Das ist echt super. Also so langsam bekomme ich die Hoffnung, dass wir uns dann tatsächlich auch die Erz-Berserker-Rüstung leisten können. Wir haben ja wirklich viel investiert. Viel in Tränke, viel in ja, was haben wir alles investiert? In Lernpunkte, in die Ausbildung bei T-Alk. Und das war schon nicht unbeachtlich. Ja, hier unten ist einer gelandet. Ich weiß nicht, ob wir da runter dürfen. Ich speichere einmal. Nicht, dass wir hier nicht runter dürfen. Okay, hier ist einfach nur so ein Gift Bereich. Looten können wir ihn. Aber dann gehen wir wieder raus. Wunderbar. Super. Dann, also es stehen noch ein paar Feinde außenrum, aber ich denke mal, dass der interessante Bereich dann hier oben ist. Ist da gerade ein neuer rausgekommen, oder war der da schon? Dürfen wir hier sein? Ich glaube ja, und um. so nicht. Okay, wir müssen aufpassen. Gerade kritisch mit dem Leben. Wir können auf jeden Fall nochmal ein Feuerregen machen. Dabei wird dieser Quater sterben. Der andere auch. Wo ist er denn? Er will vielleicht nicht hochrennen. Dann werden wir hier entsprechend uns unseren Loot holen. Wir bekommen den Schnitter. Eine legendäre Waffe. Sehr, sehr cool. Schauen uns ihn direkt an. Nein, wir speichern erstmal, bevor wir jetzt von hinten überrascht werden. Der Schnitter. 57 Geschicklichkeit ist aber eine Einhandwaffe mit 286 Schaden. Wow, das ist viel. Weil so viel Geschicklichkeit werden wir niemals zusammen bekommen. Können wir aber für 8000 Elexit verkaufen. Wahnsinn. Das war doch mal eine erfolgreiche Jagd. Lass uns zum nächsten Forma gehen. Und da finde ich diesen hier ganz interessant. Wir gehen zum Weltenherz nach Westkarakis. Können wir nicht, weil wir noch Agro haben von einem Feind. Gut. Dann verschwinden wir hier einfach aus dem Gefahrengebiet. Und dann sollten wir uns jetzt teleportieren dürfen, oder? Ja, wir gehen noch mal ein Stück weiter. Aber jetzt dürfen wir hier nach Westkarakis. Nein. Hohe Wahrscheinlichkeit für einen Hinterhalt. Empfehle Verstärkung anzufordern. Ah, okay. Es könnte natürlich sein, dass wir zu Fuß rausgehen müssen, weil das zur Quest gehört. Nein. War einfach nur die Agro des Kurators. und dann werden wir da hinten diesen Former von unserer Start Welt hier, von unserem Startgebiet entsprechend ausschalten. Systemoptimierung eingeleitet. Empfehle Umgebungsanalyse. Und seit wir das letzte Mal hier waren, ist richtig viel passiert. Das ist ziemlich cool. Aber mit diesen Trackern hier will ich mich ehrlich gesagt gerade gar nicht anlegen. Wir sparen mal unsere Ressourcen, soweit wir können. Und cooler Kampf zwischen einer ich schätze mal Drachenechse und einem Tracker. Aber wir sparen unsere Kräfte für den nächsten Former auf. Und hier ist er. Hier ist der Former. Der Former vom Startgebiet. Den ersten, den wir gesehen haben. Dann sollte es uns doch auch jetzt ein Fest sein, ihn auszuschalten. Wir gehen rein und ich markiere hier einmal den Zentralrechner. Denn ich würde sagen, wir rennen wieder durch. Ich glaube, das war wirklich eine valide Strategie. Ich speichere nochmal, falls irgendwas passiert. Aber das wäre mir zu stumpf, wenn wir so viele Kämpfe hier führen würden. So ein paar zwischendrin, wenn wir ein paar gepullt haben, ist okay. Aber das wird ein Durchrennen. und wer mitkommt, der kommt mit und wird dann zu einem späteren Zeitpunkt sterben. Schön ist, dass die auf jeden Fall anders aufgebaut sind, die Former, dass es nicht einfach alles Copy-Paste ist, sondern dass wir hier tatsächlich jetzt so früh schon diesen Naturabschnitt haben beispielsweise und die Eingänge nicht ganz so offensichtlich sind. Wie geht's denn hier weiter? Ich bewege mich im Kreis, müssen wir hier erstmal eine Abzahlung nehmen. Das kriegen wir aber hin. Hier ist nochmal ein Hühner, dem müssen wir ein bisschen aufpassen, ein bisschen Rücksicht nehmen. Und wir nehmen diesen Mana-Trag natürlich auch mit auf diesen Mana-Trag nehmen wir natürlich auch höchste Rücksicht. Ein weiterer Hühner und hier ist der Zentralrechner und es ist natürlich jetzt auch irgendwie eine Respektsache, eine Ehrensache, dass wir jetzt das Ganze nicht überspringen, indem wir zum Rechner hinrennen, sondern dass wir die wirklich auch töten. Ich glaube, das gebietet sich gerade auf. Auch die Geistes sind noch. Wunderbar. Damit haben wir ein Level Up, sind Level 28. Unten kommt noch ein Tracker. Der bekommt kein Feuerregen ab. Der wird auf altmodische Magie weise getötet. Ja, da konnte ich gerade nicht angreifen. Ich suche das noch mal. Das gefällt mir nicht. Ich trinke lieber noch mal was. Und da wird der Tracker noch mal rausgenommen. Wunderbar. Ich speichere. Wir looten den Tracker. Wir looten hier unten einmal. Hier glaube ich ein Ort, wo wir nicht hin sollen. Es einfach nur die Vergiftung gibt. Und Crony, kümmere dich mal um diesen Zentralrechner. Hier Crony. Orte Zentraleinheit des Formers. Beginne mit der Übernahme. Verbindung hergestellt. Daten wurden übertragen. Forma Umpolung eingeleitet. Einstellung des Betriebes wird erwartet. Wunderbar. So. Damit haben wir jetzt schon mal zwei Forma umgebohlt. Was hast du sonst noch herausgefunden? Korrektur der ersten Annahme, dass Kontrolleinheiten der Forma autark operieren. Starker Einfluss der Kontrolleinheit Null aus dem Mutterschiff lokalisiert. Verstehe. Du hast Signaturen von Cassandra gefunden. Kann uns das helfen, den Hauptforma der Sky ins lahm zu legen? Negativ. Schlüsselalgorithmus und vollständige Kennung Cassandras nicht verfügbar. Okay, das heißt für mich, dass die Kontrolleinheiten der anderen Forma nur kleinere Ableger der Mutterschiffer I. Cassandra sind und auch von ihr kontrolliert werden. Negativ. Die Bezeichnung kleiner Ableger impliziert eine geringe Anzahl der Steueralgorithmen oder der Schnittstellen der... Jaja, aber im Grunde hat nur Mutter Cassandra was zu melden. Okay, wir können jetzt die restlichen Forma manuell abschalten oder gleich zum Hauptforma gehen, um das Terraforming der Sky ins aufzuhalten. Positiv. Ich muss nochmal mit Vadek darüber sprechen. Gut, dann mal los. Nichts wie raus hier. Stand bei. Okay, wir müssen auf jeden Fall nochmal mit Vadek darüber reden. Ich habe aber nicht vor, die anderen Beinformer manuell auszuschalten, weil ich finde, das sind dann halt so ein bisschen stumpfe Quests. Gibt es hier auch nochmal so eine Hauptversammlung, so eine Jahreshauptversammlung der Sky Ends mit einer legendären Waffe vielleicht, die man finden könnte? Ich frage ja nur so, weil dann würde ich wahrscheinlich da einmal einen Antrag einreichen. Na komm, ein Abartiger. Willst du wirklich gegen uns kämpfen? Was ist wirklich vor? War eine schlechte Entscheidung. Ja, ich hätte da so einen Antrag einzureichen bei der Jahreshauptversammlung. Ja, die Sache ist, ich habe es natürlich nicht schriftlich vorweg eingereicht. Aber wenn die nicht damit zufrieden sind, ja, dann werden wir einfach unsere Magie sprechen lassen. Also, ist hier noch so eine Hauptversammlung? Ja. Okay. Das heißt, ich speichere einmal und ich beginne mit dem Feuer mit dem beginne damit, einen Heiltrank zu trinken. Ich renne hier oben direkt hin und bekämpfe diesen Prinzipal, der die legendäre Waffe bewacht. Wunderbar. Er ist ausgeschaltet und wir bekommen einen Leitbringer. Er scheint so eine Art Raketenwerfer zu sein. speichern nochmal und ich schaue einmal kurz rein. Der Leitbringer 616 Schaden 25.000 Elixit wert. Also, wenn er uns nicht die Berserker Rüstung bringen wird, dann weiß ich auch nicht. Okay, da haben wir uns eine Granate eingefangen. Trinke ich nochmal kurz was? Aber der Hetzer sollte kein Problem sein für uns. Diese Tritte sind fies. Was kommt denn da noch alles? Eine Geißel Zicke? Hier oben? Was hast du denn hier auf der Jahreshauptversammlung zu tun? Da haben sie euch freigelassen, weil es ist unverfanden, wie ich mich hier reingezackt hab. Zecke zu Zecke sag ich nur. So, die Geißel Zecke sollte gleich auch down sein und dann werden wir die Jahrzehundersammlung wieder verlassen. Ja, wunderbar. Das heißt, wir ja, was machen wir? Wir werden da raus gehen und uns so schnell wie wir kamen auch wieder vom Acker machen. Aber diese legendäre Waffe, wow, 25.000 Elixit wert, das ist schon stark. Troni, kommen da noch Leute? Also falls ja, besiegen wir die noch, aber ich glaube, da kommt nichts mehr. Wir können in der Zwischenzeit kurz gehen. Wir stecken alles in die Intelligenz und mit alles meine ich genau zwei Punkte. Und bei 65 Intelligenz reicht das bereits für ein Upgrade hier unten. Nein, 70 brauchen wir. Das ist wirklich noch weit entfernt. Ja, 70 brauchen wir. Das ist natürlich schwierig, aber damit müssen wir jetzt erstmal leben. Wir werden jetzt zu Vardek gehen. Im Lock Antibiotische Maßnahmen Vardek sollte davon erfahren, wo ist Vardek? Hier oben ist er. Werden wir mal anwählen, weil hier die Formen auch alle angezeigt werden. Gehen hier zum Hangar? Nein, können wir nicht. Müssen noch ein bisschen hier vom Leid uns entfernen. Wir haben das geduckt, damit wir nicht den nächsten Feind wieder auf uns ziehen. Aber wir ziehen ihn auf uns. Das heißt, dieser Basilisk muss noch sterben. Der muss noch dran glauben. Aber das kriegen wir hin. Basilisk, nimm meine Macht. Wunderbar. Und jetzt sollten wir doch zu Vardek können. So, er ist markiert und wir teleportieren uns direkt zum Hangar. Warnung, stark sinkende Temperaturen gemessen. Stell dich nicht so an, sehe ich aus, als würde ich frieren? Information, Schmierflüssigkeiten drohen bei niedrigen Temperaturen ihre Funktion zu verlieren. Ah, du machst dir also Sorgen um dich selbst? Bestätigt, Notfallbeheizung gestartet. Na, also, geht doch. Die gute alte Notfallbeheizung, sehr schön, Crony. Wir gehen zu Vardek, berichten ihm davon. Klar, er muss noch irgendwie zum Alt-Commander werden und so weiter und so fort. Es gibt noch andere Sachen, die er uns aufgetragen hat, aber das steht nicht in unserem Quest-Blog, das heißt, wir wissen vielleicht auch gerade nicht, wie wir da rangehen können, deswegen reden wir erstmal mit ihm über diese Sache. Und hier ist noch eine Truhe, die wir nicht geknackt haben. Das werden wir jetzt natürlich nochmal nachholen. Ja, das scheint soweit gut zu laufen und da ist sie auf. Wunderbar. Was ist drin? Ein beschädigter Sturmblaster, Kälteresistenz Modifikator, mittlerer Heiltrank, Zigaretten und und natürlich weiches Toilettenpapier. Wadek. Schiffes auch kein Problem sein. Habt ihr etwas über Kassandra in Erfahrung bringen können? Ja, die Kontrolleinheiten der Former sind Ableger der Haupt-AI im Mutterschiff. Ich fürchte, dass die sich nicht so einfach mit einem Schlüsselalgorithmus ausschalten lässt. Wenn sie die Urmutter ist, dann kann sie ein paar mehr Dinge als ihre kleinen Ableger. Es ist wahrscheinlicher, dass sie unsere Umpolung auf kurz oder lang registriert und den Terraforming-Prozess der lahmgelegten Former wieder in Gang setzt. Idealerweise sollten wir irgendwie an sie herankommen, ohne in den Hauptformer gehen zu müssen. Dann werden wir den nächsten Former ausschalten. Das kannst du dir sparen. Viel mehr wird deine Drohne nicht herausfinden. Aber wer weiß, vielleicht wird sich Kassandra irgendwann anderweitig offenbaren. Wir haben sie bereits gesehen. Kassandra hat sich offenbart. Mehr noch, sie hört uns ab und hat sogar zeitweise meine Drohne übernommen. Tja, die Skions wissen, wie sie uns auf Trab halten. Kassandra scheint in jeder Maschine zu stecken, die irgendwie mit der Technologie der Skions in Berührung gekommen ist. Es ist fast wie die Infektion durch das dunkle Elex. Leise, im Hintergrund, aber stetig und mächtig. Ja, das hört sich verheerend an, aber keine Sorge, wir werden es schon schaffen, wenn wir nur lange genug am Leben bleiben, bis wir stark genug sind. Vielleicht fällt mir ja noch noch etwas ein. Ich werde darüber nachdenken. Okay, der momentane Stand der Dinge. Okay, hier also der momentane Stand der Dinge. Die Suche nach einem geeigneten Partner für die sechste Macht ist noch nicht abgeschlossen. Da ist noch die Sache mit dir. Du willst deinen alten Rang als Commander bei den Alps wiedererlangen. So ist es. Ich werde darauf bestehen, wenn es soweit ist. Nur weiter so. Ich werde in meinem Versteck auf dich warten, bis du alles erledigt hast. Okay. Wir müssen wachsam bleiben und bereit sein, wenn es soweit ist. Bin ein bisschen verunsichert, wie das jetzt hier weitergehen soll. Wir haben hier den Point of No Return. Hm. Ich kann jetzt die höhere Laufbahn bei meiner Gilde einschlagen. Oder ich gehe doch noch zu den Outlaws. Viele unter den Berserkern sind ehemalige Outlaws. Blablabla. Das kennen wir bereits, aber wir haben uns ja schon für die Berserker entschieden. Wir sind ja bereits Krieger der Berserker. Aber das ist jetzt unsere Hauptquest. Können wir jetzt eventuell mit Red reden? Denn sonst haben wir keine Quest mehr. Wir haben die Crony Quest wird nicht angezeigt und die Vardec Quests werden auch nicht angezeigt. Und ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das weitermachen. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier einen Marker beim Point of No Return. Wir schauen mal, was es da jetzt zu berichten gibt. Es könnte vielleicht Adam sein. den wir sprechen müssen. Wir machen das direkt. Uli ist natürlich wieder in Thomson Town, ist ja klar. Beziehungsweise nicht wieder, sondern immer noch wahrscheinlich. Ja, wir müssen mit Adam reden. Wir machen das. Adam! Denk immer daran, es ist eine Willensstärke, die uns alle retten kann. Also bewahr sie dir und bleib standhaft. Ja, vielen Dank. Aber so richtig weiter hilft mir das auch nicht. Okay. Also, wir haben natürlich jetzt ein paar Aufgaben. Wir müssen einerseits uns einer Gilde anschließen. Wir sind allerdings schon Krieger. Und wenn wir mit Red sprechen, das haben wir bereits gemacht und versucht, können wir nicht sagen, hey, wir wollen, dass Vardek möchte, dass er wieder zum Commander gemacht wird. Wird aber nicht angezeigt hier. Und wir müssen den Hauptformer angreifen oder im besten Fall so da rankommen, ohne in den Hauptformer zu müssen. Aber auch diese Quest wird nicht angezeigt. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, was wir gerade wirklich noch machen müssen. Also was ist die Mission, die jetzt vor uns liegt? Gefährtenquests können wir nicht machen. Point of No Return wüsste ich nicht, wie wir da weiterkommen. Karakis, das sind hier nur so ein paar kleine Nebenquests, die wir noch haben, aber nichts Großes, auch nichts, wo wir wirklich viel von profitieren würden, alles Anfangs Quest, die jetzt auch nicht viel Erfahrung oder so geben werden. Was ist das, womit wir jetzt weitermachen sollen? Mit wem müssen wir reden? Wir könnten natürlich zu den Alps gehen. Wir könnten bei den Alps uns ein bisschen umhören. Wir haben mit denen kaum geredet, wir kennen uns da nicht aus. Wir können mal umhören, ob wir für Vardek was finden. Aber so ganz trivial ist es gerade nicht, finde ich. Wir können auch mal mit Red reden, ob es jetzt eine andere Möglichkeit gibt. Aber falls es keine andere Möglichkeit gibt, dann brauche ich entweder eure Hilfe oder ich muss selber mal nachschauen und mich spoilern lassen, wie es denn jetzt weitergehen sollte. Red Also wir könnten natürlich es könnte natürlich sein, dass wir unbedingt Stufe 30 erreichen müssen, damit wir dann Erzberserker werden. Das könnten wir machen, indem wir viel schnetzeln in den Formern. Das ist aber nichts, was ich eigentlich vorhätte. Ja, der Hauptformer, ich weiß nicht, wo der ist, ich weiß nicht, wo der wird auch nicht angezeigt. Point of no return weiß ich nicht, wie wir das machen sollen. Wie entscheiden wir uns für eine Seite? Ich dachte, wir hätten das eigentlich mit dem Krieger werden schon entschieden. Ja, und die Fallquest geht auch nicht weiter. Ich brauche eure Hilfe. Könnt ihr mir helfen? ist Ich und war w war war